Heute gibt es was ganz Neues bei uns auf dem Kanal. Diese Richtung des Rades gab es bis jetzt noch nie. Das ist schon mal eine riesen Kiste, also sind wir tatsächlich gar nicht gewohnt mit unseren Rennrädern und Leichtbaupaketen. Das ist schon mal eine riesen Kiste. Das ist schon mal eine riesen Kiste.